Ich habe mir ein bisschen Hüftsteif. Stay fit. Trainiere mit den besten Fitnesscoaches und den Profis des BVB. Pamela Reif, Alisa Schmidt, Mareike Sbarlek und Fernanda Brandau. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. Hallo zusammen, ich habe den Julian Brandt an meiner Seite und wir werden jetzt gleich gemeinsam auch mit dir den Rücken mobilisieren. Wie schaut es bei dir so im Rücken aus? Ganz vernünftig. Geschmeidig? Ich glaube, das kriegen wir beide ganz gut. Okay, sehr gut. Dann legen wir los. So Julian, es wird für dich ganz entspannt, keine Sorge. Und für alle diejenigen, vor allen Dingen, die am Schreibtisch den ganzen Tag hocken, ist es eine super Sache, jetzt mitzumachen. Und zwar starten wir in einer entspannten Pose, und zwar der Child's Pose. Das heißt, wir sind ja schon auf den Knien, du gehst auch auf die Knie. Und das heißt, wir gehen einmal mit dem Popo nach hinten und nehmen unsere Hände nach vorne und strecken unsere Arme nach vorne aus und drücken quasi die Brust zum Boden. So, genau. Brust raus, Brust zum Boden drücken, Stirn ist parallel zum Boden. Und dann wirklich mal bewusst den Popo nach hinten ziehen. Du kannst auch mal versuchen, die Knie so ein bisschen weiter nach außen zu drücken. Dann haben wir ein bisschen mehr die Hüfte noch drin, die wir mobilisieren. Genau. Und schon kommt da Julian auch noch mal ein bisschen tiefer. Genau. Ich habe mir ein bisschen Hüftsteif. Was? Das kann doch nicht sein. Okay, genau. Da wird man auch nicht mehr Hüftsteif. Sehr gut. Nochmal richtig einmal lockern, einatmen und beim Ausatmen nochmal runtergehen und dann nochmal tief ziehen. Runter. Sehr gut. Tief ein- und ausatmen dabei. Und ein letztes Mal einatmen, lockern, ausatmen und tief ziehen. Das ist die Child's Pose. So, und um jetzt so ein bisschen die Wirbelsäule zu mobilisieren, gehen wir hoch und gehen in den Vierfüßlerstand. Das heißt, unsere Hände sind unterhalb vom Schultergürtel, die Knie unterhalb der Hüfte und dann machen wir quasi Cat and Cow. Was ist die Cat? Katze. Sehr gut. Wie sieht sie aus? Kinn auf die Brust und krumm machen. Und die Cow ist genau der Gegenspieler, also wie so ein Hängebauchschwein. Den Bauch durchdrücken, Popo nach hinten oben, Blick nach vorne. Und das Ganze verbinden wir jetzt mit der Atmung. Das heißt, einatmen, Katzenbuckel, ausatmen, Hohlkreuz. Die Cow, Blick nach vorne. Sehr gut. Und einatmen und ausatmen. Noch zweimal. Maximal krumm machen. Einatmen und ausatmen. Richtig schön ins Hohlkreuz ziehen. Wenn wir jetzt schon in der Position sind, machen wir den Knee Twist. Das heißt, wir mobilisieren jetzt mal in der Rotation unsere Wirbelsäule. Wir fangen mit der rechten Seite an. Wir greifen hier so drunter und öffnen dann. Und Blick zur Hand. Erst nur die eine Seite rein. Und öffnen. Blick zur Hand. Genau. Richtig schön maximal die Bewegung hochziehen, hochziehen, hochziehen. Yep. Sehr gut. Da ist auch der Schultergürtel schön involviert. Also maximal rum, 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 rum. Komm, komm. Ja. Wieder runter. Was denn? Echt? Wir wollen ja nicht zu gemütlich hier werden für dich, ne? Andere Seite. Komm, weil es so schön war. Rein und öffnen. Schön rüberziehen maximal. Zieh rein. Komm. Und öffnen. Drei noch. Drei noch. Komm. Yep. Zwei noch. Und einer noch. Sehr schön. So, das war schon die Mobilisierung für unseren Rumpf und Rücken. Bist du mobilisiert? Ich fühle mich taufrisch. Ja, sehr gut. Der beste Start in den Tag. Gibt's nicht besseres. Wie fühlst du dich jetzt? Besser als je zuvor. Das waren unsere drei gemeinsamen Rückenmobilisierungsübungen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir freuen uns, euch Tipps geben zu können. Und herzlichen Dank für deine grandiose Mitarbeit. Ich wünsche dir eine gute Saison. Bleib gesund. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video gemeinsam. Stay fit. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. Ich wünsche dir eine gute Saison. Ich wünsche dir eine gute Saison.